Hey, mein Name ist Georg und du bist gerade dabei, einen cleveren Trick zu erfahren, wie du in weniger als vier Wochen Gitarre lernst und gleichzeitig satte 2941 Euro sparst. Ja, eine stolze Summe, um beim Musiklehrer ein paar Griffe zu lernen und von diesem dabei beobachtet zu werden, stimmt's? Ja, genau du hast gerade durch Zufall diese interne Präsentation gefunden und ich weiß nicht, wie lange sie noch gezeigt werden darf. Du erfährst noch heute, wie du an eine professionelle Gitarrenausbildung kommst, die von einigen Gitarrenlehrern selbst genutzt wird, um ihren Unterricht zu planen. Wenn du dich wegen Talentfreiheit bisher nicht an die Gitarre getraut hast, dann freut es mich, dass du so ehrlich zu mir bist. Ich verspreche dir, dafür ebenfalls ehrlich zu sagen, ob du mit dieser Methode in nur vier Wochen Gitarre spielen kannst. Die Wahrheit ist, ja, du kannst. Das haben schon Tausende vor dir geschafft und auch du wirst es schaffen. Diese Präsentation ist für dich, wenn du Einsteiger bist und so richtig Lust hast, Gitarre spielen zu können. Das freie Spielen, einfach drauf los, die Gitarre in die Hand nehmen, loslegen, Lieder begleiten, singen und spielen gleichzeitig. Gleichzeitig, auch das ist eine Kunst für sich und in großen Gruppen schon bald der beliebte Gitarrenspieler sein möchtest. Ja, man bleibt bei den Leuten in Erinnerung und wenn sie dich wiedersehen, sie haben immer ein Lächeln auf den Lippen, weil sie an die letzten Male denken, als du deine Gitarre dabei hattest und gespielt hast. Also du wirst wahrgenommen als Musiker, als Gitarrist. Und das ist so kostbar. Das ist so ein schönes Erlebnis. Und bevor wir gleich deine unfaire Schnelllernmethode besprechen, kurz ein Wort zu meiner Person. Hier, das bin ich, Georg Norberg. Und ich glaube, man sieht es mir nicht sofort an, dass ich über 10 Millionen Menschen weltweit Gitarre spielen beigebracht habe. Und dennoch passiert es ständig, dass mich Leute auf der Straße deshalb ansprechen. Über das Internet begann ich im Jahr 2001, einen Online-Kurs für Gitarristen anzubieten, den ich neben meiner erfolgreichen Gitarrenschule in Regensburg führte. Was mir auch sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Meine Liebe und Leidenschaft für das Gitarre-Lehren brennt bis heute, weil es mir Spaß macht, dieses Musikinstrument wirklich zu beherrschen. Das ist einfach toll, wenn man das mitkriegt, wie immer mehr Leute Gitarre spielen und man selber trägt Schuld daran. Jederzeit entspannt Musik machen und diese typische Gitarren-Atmosphäre genießen können. Du weißt schon, das ist es, was du am Ende bekommst, wenn du jetzt dran bleibst. Die zauberhafte Welt der Musik war früher nur den Reichen und Talentierten vorbehalten. Ohne Talent und ohne Geld hattest du keine Möglichkeit, überhaupt Gitarre zu lernen. Hatte man aber Talent und Geld, musste man jahrelang die Noten pauken, die Theorie entschlüsseln und Fehler wurden mit dem Rohrstock gerügt. Manche Schüler blieben ihren Lehrern zehn Jahre lang treu und hinterließen ihm Berge an Geld und holten sich dafür nicht nur Lob von ihm ab, wie wir uns denken können. Okay, und hier kommt schon der erste Teil der Wahrheit, der insgeheim gerne unter den Teppich gekehrt wird. Die Gitarre war schon immer das einfachste Musikinstrument, am leichtesten zu lernen von allen Instrumenten überhaupt, das gleichzeitig den größten Spaßfaktor verspricht. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei der Gitarre ist ein ganz anderes als bei einem Blasinstrument oder einem Streichinstrument. Und das ist das Besondere auch. Sie wurde erfunden, als es noch keine iPods und Musikvideos gab. Die Erfinder waren jedoch nicht weniger schlau als Steve Jobs. Sie entwickelten die Gitarre als mobiles Instrument, das von jedermann leicht zu erlernen ist. Durch die Buntstäbchen gibt es praktisch keine grobschiefen Töne, wie zum Beispiel bei einer Geige, wo man wirklich eine Gänsehaut bekommt vor Schreck, wenn jemand einen schiefen Ton spielt. Erst die Neuzeit versuchte, die Gitarre in eine Art elitäres Licht zu rücken, diese ganze klassische Geschichte. Doch bis heute steht sie in der Popmusik symbolisch für die Freiheit und die Lebensfreude. Einfach drauf losspielen, zusammen Spaß haben und das Leben genießen. Du kannst dir heute das Gitarre-Lernen mit Absicht leichter machen, ohne dass wir es schummeln lernen müssten. Wenn du heute Anfänger bist, kannst du dir mit diesem jahrhundertealten Konzept das Gitarre-Lernen bis zu 300% schneller machen. Das geht darum, zu lernen, das Effektivste zu tun und nicht diese ganzen Dinge, die man im Gitarrenunterricht noch zum Zeitvertreib macht oder auch um einfach Zeit zu schinden, um die Unterrichtszeit rumzubringen oder um Übungen zu machen, die sinnlos sind. Warum kann ich dir das so genau sagen? Nun, du weißt ja, meine Erfahrung beruht auf 10 Millionen Schülern, tausende Privatschüler und viele davon sind heute selbst erfolgreiche Berufsmusiker. Das ist einfach Fakt. Und diese jahrelange Erfahrung habe ich gesammelt und in diesen Kurs hineingesteckt. Das heißt, so viele Leute haben dabei geholfen, diesen Kurs zu dem zu machen, was er heute ist. Der einfachste und professionellste Gitarren-Crash-Kurs für Einsteiger. An diesem 4-Wochen-Crash-Kurs nehmen ganz normale Menschen teil, die gerne Gitarren lernen möchten. Dabei aber mobil und flexibel bleiben wollen, das ist für viele heute sehr, sehr wichtig, und keine festen Termine bei einem Privatlehrer brauchen können. Ganz ehrlich, diese Prämissen treffen auch auf mich zu, wenn ich was Neues lerne, dann gehe ich genau nach diesen Kriterien vor. Ich kann es mir nicht leisten, ständig Termine in anderen Städten wahrzunehmen und Fahrzeit in Kauf zu nehmen. Ja, das sind also Punkte, die ich auf diese stolze Summe vom Anfang nochmal drauf kalkuliere. Die Wartezeit, die Terminverschiebungen, die ganzen Probleme. Im Straßenverkehr heutzutage ist ja überall auch ein Feierabendverkehr und man steckt fest, man ist mal krank, man ist im Urlaub. All das habe ich in diesem Kurs eliminiert. Ehrlich gesagt hätte ich selbst gerne so einen Kickstart-Kurs gehabt, als ich Anfänger war damals, und würde meine Großmutter plötzlich Gitarre lernen wollen, sofort bekäme sie diesen Kurs von mir. Sofort. Wenn du den Kurs im Einzelunterricht buchen würdest, kostet das ein Vermögen, bis zu einigen tausend Euro. Weil du clever bist und diesen Kurs gefunden hast, kannst du das alles zu einem Bruchteil bekommen. Die Teilnahme findet online in einem geschützten Mitgliederbereich statt und ist daher sogar günstiger als eine Gitarre im Laden. Es ist ein schnelles Mitnahmeprodukt, bei dem du nicht groß überlegen musst, er kostet keine tausend Euro, auch keine 300 Euro, nein, nur 97 Euro einmalig für den Zugang eines ganzen Jahres. Ein ganzes Jahr bleibt der Zugang zum Kurs erhalten. In der Großstadt bekommst du dafür vielleicht noch nicht einmal mehr eine ganze Gitarrenstunde. Und trotzdem werde ich dieses Angebot nach dieser Präsentation nicht mehr für immer versprechen können, weil im Kurs mehr als 25 professionelle Lektionen auf dich warten, die einzeln gesehen wesentlich hochpreisiger sind. Was du im Kurs lernst, ist Gold wert, unter uns gesagt. Ein System, das dich in die Lage versetzt, alle Songs auf der Welt begleiten zu können. Wirklich alle. Du lernst absolut alles, was du brauchst in einem kurzen Crashkurssystem, um in vier Wochen Gitarre spielen zu können. Die Teilnehmer werden oft gefragt, wie lange sie denn schon spielen. Und wenn sie sagen, ja erst seit vier Wochen, vor vier Wochen habe ich angefangen, diesen Kurs zu machen und dann schon den ganzen Abend spielen können, dann spricht sich das natürlich rum. Und so kommt es, dass dieser Kurs zu einem der beliebtesten Einsteigerkurse in ganz Deutschland geworden ist. Und deshalb sage ich jetzt zugreifen, nimm ihn mit. Nach der Zahlung kannst du sofort loslegen im geschützten Mitgliederbereich. Ich freue mich schon auf dich. Es wartet eine neue Leidenschaft auf dich. Gönne sie dir einfach. Und hier heißt es Gitarre spielen können für nur 97 Euro. Klicke jetzt den gelben Einkaufsbutton hier unter dem Video und wir sehen uns gleich im Kurs. Ich freue mich auf dich. Bis dann.